Hallo und herzlich willkommen bei RetroCamp. Ich bin heute auf Diagnahanticket und heute Spiel States of Survivor. Viel Spaß! Ok und da sind wir. Einmal einsammeln die Zombies hier. So, dann finde ich den. Ok, haben wir gemacht. Überspringen. Heilen. Da ist er bei mir immer abgestürzt bei dieses Zeichen. Deswegen werde ich da nicht drauf gehen. Hoffentlich. Beispielsweise drücke ich trotzdem drauf. Ich bin in einer anderen Gilde. Wie kann das passieren? Verstehe ich nicht. Egal. Erstmal soll ich bauen. Gut. Was bauen wir denn? Deko nicht. Ich muss also noch alles auf Level 13 aufwerten. Dann nehmen wir den hier. Eine Stunde. 74 Minuten. Äh 47 Minuten. Training. Den hier. Verbessern. Richtig. Den hier. Verbessern. Verbessern. Hier. Training. Fortfahren. Verbessern. Ok. Training. Fortfahren. Verbessern. Forschung. Was nehmen wir da? 0, 2, 3. Oh der ist dann fertig. Nehmen wir den. Forschen. Ok. Mission. Wir haben schon Mission geschafft. Der Sound. Was ist denn der Sound? Ich habe ihn wieder vergessen. So. Jetzt ist der Sound auch wieder da. Die Mission abgegeben. Ok. Freie Suche. Freie Suche. Ok. Nehmen wir nochmal 10 Suchen. Nehmen wir nochmal 10 Suchen. Ok. Alles fertig. Ist wieder eine Mission. Spenden. Spenden. Hm. Allianz beitreten. Englisch. Ist das russisch oder? Weißrussisch. Oder. Keine Ahnung. Silberwolf ist. Es scheint aber deutsch zu sein. Ja. Bewerbung erforderlich. Hm. Ah. Hier. Nehmen wir den hier. Einfach beitreten. Ich möchte mich dann nicht jetzt bewerben. Bewerbe ich mich jetzt so und dann kriege ich ja schon ein paar Punkte. Ich lege erst morgen die Antwort. Neh. Dafür haben wir keine Zeit. So. Quatsch. Machen wir nicht. Ok. Level Upgraded. Bestätigen. Ok. Level Upgraded. Dann. Was haben wir noch hier? Ein Geschenk gehalten. Anfrage. 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 Und hier. Erstmal wieder auf Mission gehen. Abgehen. 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 Nochmal abgehen. Süpie. Allianzzeiten. Ende. Mh. Keiner da. Spende. 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 Oh. Oh. Oh, ich habe doch noch gar kein Öl. Ist das einzigste, was noch da ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf reichen, oder? Mission, fünf. Ah, fünfte mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zehn. Zehn. So, fünfte. Ah, noch mal zwanzig. So, jetzt aber. Ah, perfekt. Tschüss, Alter. Ausflug ab. Warte mal, dann machen wir lieber die da unten. Die hier. Und wir nehmen einfach die am weitesten weg. Out. Out. Go, go, go. Das läuft ein bisschen langsam. So, einfach die Geschwindigkeit. Oder ging es noch schneller? Ne, dreifach. Ah, Gott sei Dank. Ich habe beide eingeschlafen gerade. Pschüss. Also, eine Stunde Zeit hat man für die Herausforderung. Nicht schlecht. Wer braucht dafür eine Stunde? Eine Stunde sind wir so schnell alles so ein bisschen da. Mission. Okay. Okay. Geht nicht. Ah, nochmal zwei weitere. Missionziele. Ich habe mich. So, ich werde die schnell noch ein hier. Okay. Den haben wir fertig. Nur weil jetzt sind den hier. Das ist auch noch ziemlich weit weg. Ist auf Auto und auf drei schon eingestellt. Weil der erste so gekämpft worden ist. Wird er die anderen auch jetzt alle. So weiter kämpfen. Aber ich wollte andere Helden eigentlich nehmen. Ach, geil. Wernkämpfer, Mitteldistanz und Nahkämpfer. Und noch ein hinterher. Mal jetzt zu dem epischen Kampf hier. Kinderspiel. Wieder eine Stunde Zeit dafür. Also. Ja. Ja. Was passiert, wenn die Zeit eigentlich abläuft? Hat das schon mal einer geschafft? Okay. Aber die Mission auch fertig. Okay, nochmal zwei. Nochmal zwei. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Gut, dass das Virus bei den Spielen nicht auf Hunden übertragbar ist. Sonst wäre er wahrscheinlich auch schon ein Zombie. Wenn er die mal beißt. Okay, jetzt habe ich leider keine. Mission, nein nicht Mission. Keine Herausforderung mehr. Auf der Karte gehe ich jetzt hier und starte eine Mission. Dann gehen wir mal weiter. Schon fertig die Mission. Okay. Let's go. Oh, da ist ein Bär. 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 Also ich habe ein Tiger, Bär und ich glaube ich habe sogar noch ein Hund. Ich glaube zwei Hunde habe ich. Oh, da ist ein Bär. Ach, das geht auch schnell. So, dann haben wir die Herausforderung auch geschafft. Das haben wir auch geschafft. Schließt das Sehensspionage ab. So, noch zehn Stück davon. Dann werde ich erstmal einen da hinschicken, was am weit entferntesten von meiner Basis ist. Angriff. Ich werde nicht alle hinschicken. Ich werde nur so viel hinschicken, bis das Gesicht sich verändert. Es soll ja grün bleiben, also sprich ich soll es ja schaffen, aber wenn Leute so viel dabei sind, kann ich keinen weiteren Fight machen. Oh, die bleiben da. Okay, die reicht. Hier kann ich jetzt nochmal ändern, aber es scheint die stärkste zu sein. Machieren wir los. Das ist ja egal. Ich schaffe es. Ganz einfach. Dann werde ich die erstmal einsammeln. Und die eins. Das Labor. Das Labor. Und die Ditch. Oh, hier ist der aufhörig. 1. 5. 5. 4. 4. 5. 6. 5. Zwei. Drei. Komm, 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 das ist die Zeit. Okay. Ja, dann mal den hier. Hier. Da kann ich jetzt ruhig alle hinschicken, weil ich kann nur zwei losschicken. Das sind ja jetzt schon zwei und der ist bestimmt eher da wie der. Kann ich nochmal hier rauf gehen. Okay, und noch einen muss ich machen, dann bin ich fertig. Genau niemand, das ist doch gut. Den einschau ich nicht, das ist mit der Gilde. Ich weiß nicht, wie viele Leute gerade online sind in der Gilde. Und gehe ich denn hier hin. Ich muss mal wieder zurück. Okay, fertig. Jetzt muss ich da hin. Erstmal das Geschenk nach Polen. Und die Mission. Geschenk. Mission nach Polen. Und Töteinfizierten Fanatiker. Das ist eine Gruppenquest. Seuchenzone kann man alleine machen. Seuchenzone kann man machen, alleine. Seuchenzone, wo seid ihr? Wo ist die Seuchenzone? Da ist die Seuchenzone. Suche nach einer Seuchenzone. Seuchenzone. Besuchen. Level ist egal, weil wir wenn nicht gegen die Großen kämpfen, es reicht auch wenn wir einen von denen machen. Einsatzteam starten. Angriff. Ich kann ein Einsatzteam starten, treibe auf drei weitere warten oder zwei weitere warten. Insgesamt drei Leute. Und dann drücke ich ja mal drauf, dass er die angreifen soll. Dann greifte er an. Auch wenn du alleine bist. Auch wenn nur zwei da sind. So. Gerade gesehen. Questzeuchenzone abgeschlossen. Und dann habe ich auch gleich schon das geschafft. Und dann habe ich auch gleich schon das geschafft. Noch 50.000 Nahrung insammeln. Mein Nazi. Nahrung. Suchen. 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 Okay. Da ist Nahrung. Sammeln. Sind noch zwei unterwegs. Okay. Jetzt nehmen wir ihn. Oh, die muss 50.000 einsammeln. Das sind 100.000. Noch was. Ich brauche 50.000. Aber ein bisschen mehr. Machieren. Dann gehen wir zur nächsten Mission. Mission. Ausflug. Oder ich mache so lange noch was anderes. Ich muss ja jetzt sammeln. Und alles halt in diese Open World machen. Aber da ich nur zwei Leute nur schicken kann. Komme ich da nicht weiter. Dann mache ich den jetzt lang. Eins. Zwei. Der Hund ist schnell. So, jetzt könnte ich eigentlich was weiter machen. Aber jetzt mache ich den letzten hier auch noch. Zwei. Zwei. Zwei Missionen fertig. Einmal einsammeln und einmal Transport. Jetzt finden wir noch zehn Punkte. Dann mache ich jetzt 50.000 bei Holz. Das sind fünf. Holz. So, 50.000 sammeln. Das reicht. Und wir nehmen dann, da der andere jetzt auch gerade zurückgekommen ist, nehmen wir noch einmal Metall. 50.000. Dann haben wir jetzt die zehn Punkte. Sammeln. Ja, da muss ich ein bisschen mehr. Ich brauche 50.000. 50.000. Let's go! So, dann ist gleich ein paar Minuten. Ha, eine Minute vielleicht. Alles fertig. Alles fertig. Naja, alles nicht. Aber, dass ich die größte Kiste halbe bekomme von den Tagesziel. Nee, ich habe genug gespendet. Ich will da nichts mehr spenden heute. Also, das habe ich hier. Geld bezahlen. Möchte ich nicht. Hier ist ein roter Punkt. Okay. Allianz 1 ist immer noch der Ostfach. Ostfach. Das ist interessant. Alle Gläser löschen. Zack. Allianz. Du bist nicht länger Mitglied. Ich habe mich aber rausgeschmissen. Einfach alle löschen. Ich will das gar nicht lese, was ich hier geschrieben habe. Oh. Oh. Nice. Witzig. Bei einem Allianz war ja... Die selber waren ja auch fast nicht online. Das war vielleicht der Chef online gewesen. Oh. Der ist hier online. Der ist hier online. Alle schmeißen. Naja. Dann sind wir hier auch gleich Fennig. Die schaffe ich nicht. Da bräuchte ich die Allianz für. Bei dem Bein. Und der ist mir so stark. Die drückt da immer auf der Allianz drauf. Das ist ja nervig. Was ist denn da noch? Oh. Ich kriege hier was geschenkt. Hier auch? Ja. Ich... Was haben wir hier noch? Hier kriege ich auch noch was geschenkt. Das ist gut. Geschenke sind immer gut. Was ist das hier? Ein Angelwettbewerb. Einholen. Köder. Keine Ahnung, wie das geht. Ich schließe den Punkt ab und kühle. Keine Zeit zum Angeln. Bennett, Bennett, Bennett. Noch die zwei. Es fehlen noch fünf Punkte. Dann schicke ich den schon mal los. Gestalt sammeln, oder? Ja, komm. Für nächstes Mal suchen wir noch mal... Ach, die sind noch ein Sammeln hier. Beide. Der eine sammelt noch elf Minuten. Eie, 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 eie. Und hier ist noch Holz. Ich kann nicht mehr. Nur schick. Eie, was ist auf die beiden Warten? Elf Minuten. Ja, Leute. Also, ich würde mal sagen, das war es dann für heute. Okay. Ja, ich würde mal auf dem auch noch nicht hier. Schauen wir, was hier noch ist. Da ist noch ein Brotter Punkt. Brotter Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Na gut. Dann sage ich mal etwas für heute ständig. Das Spiel machen wir das Spiel. Spiel beenden. Und ich sage bedankst за то, Thank you forilládher tienen filmen, und ich würde mich freuen, wenn du mit euchhaiten Sedos bist da aber Have a great job. Viel Spaß, und auf Wiedersehen. Tschü-tü-tü!